Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin's Frau Mountain Water und wie ihr seht, bin ich auf meinem neuen Curly Horse. Er heißt Twilight Soul und ich hab ab Level 10 bei ihm mit Star Coins beim Auslevel nachgeholfen. Ich weiß, es ist ziemlich Star Coins Verschwendung, aber ich hätte vor, in nächster Zeit sowieso kein Pferd zu kaufen. Und so sieht mein aktueller Kontostand aus. Ja, ich hab mir 10.000 Star Coins geholt, falls es nicht mitgekriegt habt. Aber ja, jetzt wollen wir mal das Jumpy machen. Hier sehe ich auch schon ein paar von meinem Club sind da. Dann Skoppelns, also ich bin nicht die CB. Mal sehen, was für Chancen wir haben mit einem frisch ausgelevelten Curly Horse. So, sieh, das haben wir für Punkte. Ich finde sie nicht schlecht. Hier, ziemlich hohe Werte. Würde wahrscheinlich auch noch mehr gehen, aber ja. Ich grüße dich. Ähm, so, ich geh hier mal. Oh, ich hab ne Freundschaftsamladung. Ja. Ich liebe das Steigen. Leute, übrigens hab ich einen Discord-Server. Wenn ihr wollt, kann ich euch den unter diesem Video hier verlinken. Und ja, wir haben ziemlich viel Spaß auf unserem Server, also auf meinem Discord-Server. Und wenn ihr mal reden wollt, dann könnt ihr dort reingehen. Oder wenn ich mal ein Video mache, kann ich da reinschreiben, ob ihr vielleicht mitmachen wollt. Und dann könnt ihr natürlich bei einem Video dabei sein. Wir haben noch nicht so viel auf diesem Discord-Server geredet, aber er existiert schon relativ lang. Also, ja, wenn ihr Lust drauf habt, dann geht doch gar nicht hin. Übrigens, für alle Leute, die nicht wissen, was Discord ist, Discord ist Teamspeak. Also, man kann darüber schreiben, Bilder versenden, Emojis gibt's auch. Auch über den Computer. Man könnte rein theoretisch natürlich auch Videoanrufe machen, aber ich mach die persönlich nicht. Da ich mich selbst auf YouTube oder sonst auf Discord auch nicht öffentlich halt einfach zeigen möchte. Da ich mir schon von Anfang an dachte, dass ich anonym bleiben möchte. Aber falls ich diesen Kanal die Jahre über aktiv lasse, werde ich's vielleicht mal machen. Aber das ist jetzt kein Thema. Also, noch kein Thema. Jo, Leute. Aber, ich will hier kurz. Entschuldigung. So, jetzt bin ich gespannt, in welcher Champion-Gruppe ich bin. Ich glaube, ich mach einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich in die Champion-Gruppe eingeteilt werde. Bis gleich. So, Leute. Die Wettbewerbsgruppen werden erstellt und ich werde hier schon freudig begründet. Von einem hübschen, natürlichen Kalbblut und wissen Reiterin. Ah, Lini. In meinem Club. Okay. Grüße auf jeden Fall an alle Diamond Scorpions. Ich muss nochmal einen Cut machen. Oh, ich bin in Champions-Gruppe 2. Ich hoffe, ich kriege das hin. Bis gleich. So, Leute. Da bin ich wieder. Ich habe mich verschrieben. Egal. Lass ich jetzt so. So, Chat zu. Prima. So. Und dann hoffen wir auf ein gutes Ende, obwohl ich schon etwas aus das Champion-Arts rausgekommen bin. Okay. 3, 2, 1, 0. Ich bin halt nicht mehr so gut in Champies. Ich war halt mein Erster hier. Ah, ich bin die fünfte Grade. Ja, nicht schlecht. Ach, doch. Ja, stürme ich nicht, wenn ich die Letzte werde. Aber ich darf nicht fehlen. Das ist halt mein Seer. Es gibt sicher Leute, die haben bessere Ausrüstung und alles als ich. Und schnellere Pferde oder spezielles Hufeisen drauf, die noch mehr wert sind als meine Hufeisen, die ich drauf hab. So. Sieht immerhin noch nicht nach einem Fehl aus. Geht ganz gut hier gerade. Oh, Quarta oder diese Apollosa hier neben mir sind halt extrem schnell diese Modelle. Ich hab noch keins von denen ausgelevelt. Okay, scheiße. Doch, Fail. Mann, ich war fünfter. Bin ich noch? Nein, ich bin nicht mehr. Zehn, toll. Ja, egal. Hauptsache, ich fehl das Ding nicht. Schade, schade. Ja, jetzt hab ich komplett versaut. Nein, ich hab das. Nein. Okay, Leute. Nein. Nein, 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 nein. Das fehle ich nicht. Das fehle ich ganz sicher nicht. Ist mir egal, wenn ich Letzte werde, aber ich darf nicht fehlen. Ach, nö. Das waren wir doch vorher auf fünfter Platz. Und schon ist die erste im Ziel. Ich wünsche an dich auf jeden Fall. Oh mein Gott, ich hab gerade nichts mehr so unter Kontrolle. Ja, baum, hallo, baum. Ja, ihr seht ihr, wie ich aus der Übung bin. Vielleicht hole ich noch einen Platz auf, dass ich immer bezweifle. Ja, immerhin, hab ich mitgemacht. Ich war halt ein bisschen tollpatschig da. Immer gewinne ist ja auch nicht das Ziel. Das Ziel ist ja eigentlich, dass man Spaß daran hat. Und dass man nicht aufgibt. Und es ist das nächste Mal probiert, wenn es jetzt nicht funktioniert hat. Und wenn du gefehlt hast, dann reitet die Strecke da einfach nochmal ab. Und dann kannst du das so üben. Habe ich auch immer gemacht. Und dann bin ich mal Erste geworden in so einem Championat, also einem Morning Championat. Und ja. Herzlichen Glückwunsch an Adrien, Leopardlord, an Antonia, Monster Sister und an Nicole Peacewolf. Und natürlich an alle anderen, auch besonders an Leni Firepile aus meinem Club, die Vierte geworden ist. Ja, auf jeden Fall habt ihr euch die Schleifchen verdammt. So, dann gehe ich mal meine Belohnung abholen. Und dann würde ich sagen, beenden wir auch schon das kurze Video. Wie gesagt, wenn ihr Ideen für Videos haben könntet, die ich machen könnte, da ich im Moment ja nicht so viel Motivation für Starstable und für YouTube hatte, dann schreibt mir doch einfach eure Meinungen und eure Ideen für YouTube-Videos in die Kommentare. Noch besondere Grüße an Lili Wagons und wenn du mal online kommen kannst, dann schreib mir doch das mal auf YouTube oder auf Discord, falls du Discord hast. Das wäre super, wenn du Zeit hättest, wann wir mal ein Video machen könnten, da du ja gefragt hast, ob wir alles zusammen machen könnten. Und ja Leute, das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal auch wieder ein. Bis dahin, eure Fai.